snackable content paul und henrik die vierte wir sprechen heute über die drei unterschiedlichen signatur level der digitalen signatur und fragen uns ob ihr diese eigentlich schon kennt meine position ist keine ablehnende haltung sondern einfach nur entspannte sichtweise auf das thema weil es total easy ja paul thema heute vierte episode nachdem wir schon über das thema new work und arbeitsverträge gesprochen haben welche signaturlevel gibt es das letzte woche hast du über das thema der einfachen signatur gesprochen dass du damit arbeitsverträge unterschreibst vielleicht bevor ich gleich mal einen einblick gebe was was sagt was sagen diese drei signaturen denn also wie wie interpretierst du die bisher einfache signatur jemand anders hat es gelesen und bestätigt qualifizierte signatur würde ich sagen da habe ich noch eine technische ebene mit drin die irgendetwas absichert und die fortgeschrittene glaube ich dazwischen ich habe jetzt überschritten ist irgendwie noch ein level dazwischen also am ende geht es eigentlich nur um mehr nachweis dass der der unterschrieben hat digital wirklich derjenige war oder ist der dem ich das zugeschickt habe hört sich erstmal ganz schön kryptisch an oder aber ist total easy ich versuche mal mit den mythen aufzuräumen also am ende gibt es zwei arten der signatur es gibt sogenannte personenbezogene elektronische signaturen ein beispiel dafür ist die qualifizierte elektronische signatur und es gibt sogenannte signatur siegel die auf juristische personen also auf organisation die hsp develop ausgestellt werden das erstmal so als globe gliederung in jedem dieser zwei segmente siegel oder personenbezogene signatur können wir jetzt in einfache fortgeschrittene und qualifizierte signaturen unterteilen das bringt uns natürlich eine gewisse entscheidungsmöglichkeit und eine gewisse komplexität mit aber frage gerne zum thema siegel ist das wie ein personale ausweis es ist nicht es ist letztlich eine organisation die initial geprüft worden ist ja von wem von einem vertrauensdienste anbieter das heißt also die eilas das ist die europäische signatur verordnung die seit 2016 für alle in europa arbeitenden staaten gilt hat angeordnet dass um eine zertifikats basierte elektronische signatur auszustellen vertrauensdienste anbieter als mittler zwischen personen die unterschreiben und dem vertragsdokument eingeführt werden ganz konkretes beispiel ich möchte ein arbeitsvertrag bei develop qualifizient unterschreiben ich muss mich zwingend vorab bei einem vertrauensdienste anbieter bei uns ist das zum beispiel die bundesdruckerei mit meinem personalausweis oder reisepass oder einem anderen gültigen ausweisdokument zum beispiel per video ident registrieren und identifizieren was passiert dann da schließt sich doch für mich schon an der kreis ich habe einen personalausweis damit bin ich eindeutig identifizierbar hier in der bundesrepublik deutschland und dieses ja dieses dokument diese nachweisen nutze ich um mich bei einem vertrauensdienste anbieter zu autorisieren dass ich ich bin genau in die post ident verfahren ganz genau also am ende geht es im ersten schritt darum ich brauche eine sogenannte digitale identität also mein digitales pendant zum personalausweis okay jetzt gibt es wie viel vertrauensdienste anbieter in deutschland in deutschland es gibt aktuell zwischen acht und zehn okay wenn ich jetzt bei dem einen das habe gilt das dann auch für alle anderen weil ich mich ja einmal autorisiert hat nein gibt es nicht aber es gibt das ist gut für euch es gibt entwicklungen wie zum beispiel identifizierungs anbieter die zum beispiel verimi oder id now heißen die bündeln digitale identitäten und geben diese an unterschiedliche vertrauensanbieter weiter das heißt also das was wir gesetzlich vorfinden uns also bei unterschiedlichen vertrauensdienste anbietern identifizieren registrieren müssen wird durch einen zusätzlichen service die identifizierungsanbieter ausgehebelt so dass man in zukunft so die idee über ein oder zwei anbieter sich in jede notwendige stelle integrieren kann mit seiner digitalen identität okay das heißt das thema steht nicht am anfang aber noch in der findung wir sind in erwachstungskurve wenn ich jetzt mitmache hat meine entscheidung jetzt mitzumachen einfluss auf die weiterentwicklung sie hat auf jeden fall also in dem sinne dass ihr natürlich auch feedback an uns geben könnt und wir direkt feedback an die entscheidungshoheiten letztlich weiterleiten können ok jetzt bekomme ich von dir ein dokument was ich digital unterschreiben soll da ist ja wahrscheinlich bekommen eine e mail da ist ein link drin ich komme auf eine webseite dann öffnet sich das dokument was auch immer wenn ich eine einfache signatur darunter setzen soll brauche ich dann eine digitale identität nein brauche ich nicht das heißt da bestätige ich doch einfach nur mit meinem mausklick und was passiert dann technisch was wird da bestätigt was am ende am ende wird dort werden drei dinge aufgenommen wir nehmen den namen den vornamen die e mail adresse und einen zeitstempel auf zusätzlich als fünftes gucken wir uns noch an wie das signaturbilder aussieht am ende haben wir also fünf datenpunkte die wir aufnehmen bei einer einfach elektronischen signatur auch die ip-adresse von meinem internet anschluss mit dem ich gerade unterwegs bin die die nehmen wir grundsätzlich nicht auf nein ok das heißt es wäre theoretisch so dass jemand anders meine e mail bekommen hat das öffnet und für den empfänger unterschreibt weil er die e mail abgefangen hat was auch immer das ist grundsätzlich möglich aber was wäre denn zum beispiel den vertrag postalisch zuschieben und jemand die post abfängt das gleiche das heißt wenn ich jetzt meinetwegen als familie ein familienpostfach habe und ich bekomme so eine e mail wo ich was unterschreiben soll und irgendjemand aus meinem haushalt unterschreibt das und nicht ich obwohl es an mich adressiert war kannst du das als absender nicht nachvollziehen ich kann also das signaturbild ist ein indikator am ende ist das eine möglichkeit wo letztlich auf einer basis einer einfachen elektronischen signatur man auch fälschung vornehmen kann okay so wenn ich das unterbinden möchte und sagen ich möchte schon dass der paulise das unterschreiben bei dem habe ich das ja geschickt ja dann brauche ich die fortgeschritten oder die qualifizierte dann brauchst du mindestens mal die fortgeschrittene elektronische personenbezogene signatur weil wir hier ein ein faktor system haben mit dem wir sicherstellen können dass ich mich über einen benutzer name und ein passwort und eine vorherige identifikation einem vertrauensdienstanbieter ausweisen muss wir können aber noch einen schritt zurück wenn wir eine einfache elektronische signatur nehmen können wir das dokument und den prozess auch mit einem mit einem prozess gebundenen passwort schützen was wir nur an die person weiterleiten unterschreiben soll könnten die einfache elektronische signatur also auch noch mal ich sag mal aufpimpen okay jetzt bekomme ich von dir ein dokument und du erwartest von mir die fortgeschrittene signatur e mail wieder link drin ich öffne den link kommen auf eine webseite passwort eingeben und dann wie funktioniert das jetzt mit meiner digitalen identität habe ich da irgendwie so eine chip karte und chip leser an meinem rechner oder was brauche ich was mir geht das jetzt genau das wäre die 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 erste erste auswahlstufe der digitalen signatur das machen wir nicht wir bieten fernsignaturen an das bedeutet dass wir in dem schritt als person und dann per video ident oder über ein smartphone ident letztlich einmal registrieren und ausweisen müssen bevor wir das dokument einmalig unterschreiben können ganz wichtig diese identifizierung müsst ihr nicht jedes mal machen sondern einmalig und hat dann gültigkeit solange wie euer ausweis dokument gültig ist okay ist das etwas was von der usability also von der anwendung einfach ist oder ist das ein komplexes thema und natürlich auf den kontext an also haben wir haben wir leute die vielleicht die sich als digital affin beschreiben würden würde ich schon sagen dass es ein sehr einfach nachvollziehbarer prozess ist was ich mitbekomme ist dass wir also dass die häufigste schwierigkeit im thema ist eigentlich die it infrastruktur auf kundenseite heißt also dass zum beispiel halt keine kameras vorhanden sind wenn ich ein video ident machen möchte oder zum beispiel auch einfach eine zu schlechte internetverbindung vorherrscht um es zu nutzen das sind themen wenn man aber in normal ein standesgemäßes it infrastruktur setup hat also mit dem laptop ich halte immer hier eine kamera also mit dem laptop mit einer kamera stabilen internetverbindung seid ihr in zehn minuten durch also nichts wovor man angst haben sollte ist das schon blocker für mich in der kanzlei zu sagen ich gehe das thema nicht an weil meine mandanten da nicht durchkommen nein überhaupt nicht und ich sage auch warum weil wir zusätzlich zu diesen gerade beschriebenen zwei methoden wie man zu infizieren noch eine dritte anbieten die wir ziemlich exklusiv in deutschland anbieten und zwar nennt sich das das vor ort ident wenn ihr also überzeugt das bei euch einzuführen haben wir zusätzlich die möglichkeit euch und die mitarbeiter einer kanzlei auch zu schulen was also ein häufiges szenario ist und was höchst attraktiv ist dass berater und beraterinnen die im direkten mandantenverhältnis stehen als verlängerter arm des vertrauensdienstanbieters auftreten und mandanten direkt vor ort über smartphone infizieren können was für ein vorteil hat der mandant davon zusammenarbeit mit der kanzlei verstehe ich das ist dann digital signatur ist das der einzige vorteil für den mandanten oder kann dann diese digital identität mit vor ort was auch immer ja auch woanders nutzen er kann sie natürlich auch woanders nutzen das heißt also wenn der mandant einmalig identifiziert ist gerade eben schon kurz beschrieben ist diese digitalität so lange gültig wie das ausweisdokument heißt er kann natürlich ab dann auch allen internen oder aber auch mit anderen dienstleistern auftretenden schriftverkehr elektronisch unterschreiben das ist ein großer vorteil und ihr habt natürlich auch die möglichkeit dem mandanten dahingehend zu beraten dass er weitere prozessvorteile hat dadurch wie nimmst du das denn wahr siehst du das als vorteil an ja absolut ich bin bloß gerade beim punkt gestolpert das heißt wenn mein personalausweis ausläuft muss ich mich neu identifizieren ja am ende ist das letztlich genau also die digitalität ist genauso aufgebaut wie der personalausweis er hat irgendwann ein verfallsdatum also beim personalausweis sind das zehn jahre dann muss ich mich letztlich muss ich diesen neu beantragen und so ist es letztlich bei der digitalen identität die hat eine laufzeit von 24 monaten und nach 24 monaten muss ich letztlich einfach neu bestätigen dass ich also es ist eine e mail bestätigung dass du an die hinterlegte e mail adresse dass du bist ja so ungefähr kann man das sagen und dann wird die im prinzip einfach für 24 monate verlängert ok ja spannend und das mache ich bei einem dieser acht vertrauensdienste anbieter das ist ein deutsch unternehmen das sind deutsch unternehmen zum beispiel die post zum beispiel die bundesdruckerei zum beispiel telekom ok kann ich das auch kombinieren weil ich habe ja irgendwann also ich habe nur eine ein online identität nicht mehrere kann ich ja nicht haben kannst grundsätzlich mehrere digitale identitäten haben die auf einem personalausweis oder auf einem ausweisdokument basieren ok das geht aber du hast natürlich nur ein ausweisdokument um diese digitalen identitäten zu erstellen also beispiel ihr arbeitet oder häufige frage die im alltag aufkommen ist hey zum beispiel ich möchte die digitale signatur einführen ein mandant hat aber schon anderen e-signatur anbieter wie kann ich mit diesen beiden system arbeiten dann brauche ich zwei digitale identitäten nein braucht ihr nicht es ist grundsätzlich so dass sie natürlich in dem führenden system das heißt die partei die einlädt dokumente zu unterschreiben auch dort bleiben könnt und in dem fall auch eine weitere digitale identität euch erstellen müsstet aber und das ist der vorschlag wenn ihr eingeladen werden über ein anderes system dokument elektronisch zu unterschreiben aber euch für zum beispiel die verlobseite entschieden habt könnt ihr es natürlich aus dem prozess herausladen in die verlobseite reinladen dort mit eurer bestehenden digitalen identität unterschreiben und es dann zurückschicken das geht aber wie bei jedem anderen prozess gibt es natürlich auch hier unterschiedliche anbieter ich glaube das war bis jetzt die längste folge ja meinst du die haben das verstanden bin gespannt ich hoffe es am ende ist es nicht so kompliziert wie es sich vielleicht angehört hat guckt euch an welche anwendungsszenarien ihr habt bewertet diese einmal nach haftungsrisiken sprecht mit dem juristen und dann ist auch unser motto bei develop fail forward probiert es aus und startet und schreibt hier unter die sendung eure meinung oder eure fragen was noch fehlt ihr sagt bitte gern mal wie das für euch war habt ihr verstanden was es für signaturen gibt das würde uns natürlich total weiterhelfen ob wir einen guten job darin machen diese dinge zu erklären ja vielleicht müssen wir so ein gelbes buch rausbringen signaturen von dummies ja das wäre doch was oder ja mal gucken das ist eine idee also wir sind gespannt auf eure feedback und bis bald nächste woche macht's gut ciao macht's gut ciao